Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr in den letzten vier Wochen recht häufig auf Social Media unterwegs wart, habt ihr mit Sicherheit eine Sache mitbekommen. Und zwar gehen gerade diese ganzen Foundation-Balsams, diese Foundation-Cremes, total viral. Und ich glaube, ich verstehe warum, denn sie sind sehr einfach zu benutzen und sie sehen meistens sehr, sehr schön aus. Bei meinem gestrigen DM-Spaziergang bin ich durch DM gelaufen und bin an einem neuen Produkt vorbeigekommen. Und das ist das L'Oreal Age Perfect Collagen AS Fragmente Straffendes Make-Up Bar. Sieht einmal so aus und soll eine Foundation-Schrägstrich eine Creme sein, die die Haut ausgleichen soll und einfach glättet. Was das Ganze ist, wie das Ganze aussieht, keine Ahnung, wir werden es heute herausfinden. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und Lust habt, mit mir gemeinsam ein neues Make-Up auf mein Gesicht zu bringen und zu schauen, was ist eigentlich der Hype? Ist das vielleicht die Zukunft von Make-Up, diese einfachen Produkte, diese klassischen, frischen, einfach zu benutzenden Foundations? Das Ganze hat um die 12, 13 Euro gekostet und wir werden heute fast einen Langzeittest machen. Denn ich muss sagen, mein Make-Up hat sich in den letzten Monaten stark verändert. Ich bevorzuge leichtere Produkte. Ich habe sehr, sehr viel Zeit und Geld in meine Haut investiert und möchte die natürlich nicht mit Full Coverage, Full Coverage, Full Coverage verstecken, die am besten auch noch matt und cakey aussieht. Deswegen probiere ich gerade so ein paar neue Techniken aus und sobald ich was habe, gebe ich es euch natürlich mit auf den Weg. Aber das fand ich persönlich super, super spannend. Ich habe noch keine Videos mir angeschaut. Ich habe aber gesehen, dass einige Damen ein Video dazu gemacht haben. Ich verlinke euch die Videos von den anderen Creators einmal unten. Da könnt ihr gerne nochmal euch eine zweite Meinung einholen. Ich wollte das Ganze aber gerne mal auf meiner Haut probieren. Ich weiß, ich kriege oft ein paar Kommentare hin. Na ja, wie willst du denn eine Foundation für Age Perfect bewerten, wenn deine Haut nicht Ü30 ist? Ich finde, dass wir in der Beauty-Welt nicht so große Unterschiede machen sollen zwischen männlicher Haut, weiblicher Haut, reiferer Haut, jüngerer Haut. Klar, so ein paar Unterschiede gibt es natürlich von den Zusammensetzungen und welche Vorlieben haben die bestimmten Zielgruppen. Aber wir probieren das Ganze aus und ich bin richtig gespannt. Wie immer lese ich euch einmal vor, was das Produkt kosten soll. Es hat 12,95 Euro gekostet. Gibt es bei dm in drei Farben im Handel. Online müsste ich jetzt mal schauen. Bei Müller zum Beispiel sehe ich jetzt nur zwei. 4 in 1. Der Age Perfect Make-Up Balm kaschiert Rötungen, Pigmentflecken, gleicht Unebenheiten aus und sorgt für ein optisch glatteres und strafferes Hautbild. Die Balm zu Cremetextur mit Kollagen-AS-Fragmenten, was auch immer das sein soll, hinterlässt ein natürliches Make-Up-Ergebnis. Der straffende Balm hinterlässt ein strahlendes, samtig-weiches Finish ohne Masken-Effekt. Der cremige Balm sorgt für eine glattere, elastischere Haut und der Tarn sieht erfrischt aus. Der merkt ihr schon, so wie der Text geschrieben ist, ist das Internet-optimiert. Also immer die Wiederholungen von dem Namen und was das können soll. Der Age Perfect Make-Up Balm, das pflegende Make-Up-Wunder für gesund aussehende Haut. Auch für empfindliche Haut geeignet. Zielgruppe Damen, finde ich kritisch. L'Oreal, Müller. Tragen sie den straffenden Make-Up-Er mit den Fingern einem Make-Up-Schwämmchen oder einem Pinsel von der Gesichtsmitte aus. Okay, das Ganze kommt in so einem Glastiegel. Ich bin eigentlich kein Fan von Produkten, die in einem Tiegel kommen, die man dann rausholen soll. Beispiel. Bei TikTok ist gerade ein ganz, ganz großes Drama mit... Bobby Brown hat ja eine neue Marke rausgebracht. Jones Road. Auch ähnlich von der Textur her wie das. So ein bisschen balsamartiger. Ein bisschen mehr auf Wasserbasis. Und das kommt aber in so einem Tiegel wie diese Chantecaille Foundation. Ich mag die ganz gerne. Ich finde die Verpackung einfach nur schrecklich. Weil sie halt sehr, sehr flüssig ist. Hier ist es nochmal ein bisschen was anderes. Sie ist recht fest. Also eine Creme über eine feste Creme. Ich bin auch eben schon mit dem Finger hier reingeditscht. Ich habe mich jetzt für die Farbe 2 entschieden. Es gab sie noch dunkler und heller. Als Primer habe ich den Nabla Angel Aura Primer benutzt. Ihr seht das. Ich benutze ihn jeden Tag. Es ist für mich der beste Primer, den ich jemals benutzt habe. Forever. Für Foundations in Tiegel probiere ich erstmal einen Pinsel aus, der ein bisschen flacher ist. Das ist jetzt einer von Il Makiage. Und wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Und schauen mal. Wir arbeiten uns das Ganze von der Mitte aus in die Haut ein. Ist ein bisschen hell. Und ich presse mir das Ganze wirklich in die Haut. Bei solchen Balms kann man natürlich wirklich in leichteren Schichten arbeiten. Mit dem Finger funktioniert das glaube ich auch sehr gut. Die Farbe ist jetzt ein bisschen hell. Ich habe aber bei L'Oreal immer die Erfahrung gemacht, dass es ein Stückchen oxidiert. Deswegen probiere ich jetzt mal, wie das Ganze aussieht. Außerdem habe ich 10 Kilo Selbstbräule am Gesicht. Was ich gleich merke ist, dass das sehr, sehr schnell auf der Haut anschmilzt. Die Textur ist so ein bisschen auf Wärme reaktiv. Oder reagiert auf Wärme. Und hinterlässt so ein sehr weiches, zartes Finish. Ich gehe jetzt mal mit einem Beauty-Schwamm einfach rüber, ohne neues Produkt. Um die Streifen von dem Pinsel so ein bisschen einzuarbeiten. Dann schauen wir uns das Ganze mal von nahem an. Also da, wo ich mit dem Pinsel langgegangen bin, sieht es nicht so schön aus. Klar, ist halt Pinsel. Aber kommt mal ran. Also jetzt im direkten Vergleich. Farblich ist okay. Ich sehe nichts. Gar nichts. Also ihr seht das, ne? Meine Haut ist hier so ein bisschen unruhig, würde ich jetzt mal sagen, für meine Verhältnisse. Vor allem auf der Stirn. Ich hole euch noch ein Stück näher ran. Okay. Näher geht es nicht. Hier ist das Produkt drauf. Hier nicht. Das sieht... Oh, da sieht man es gerade ganz gut. Hier, ne? Hier siehst du die Poren. Hier nicht. Hä? Okay, da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überrascht, weil ich das nicht gedacht habe. Wir machen jetzt nochmal hier weiter. Ein bisschen hier rauf. Und dann arbeite ich mir das erstmal mit so einem Pinsel ein. Und damit kriegt man das Produkt natürlich auch sehr, 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 sehr gut in die Haut eingearbeitet. Und vor allen Dingen in die Poren. Hier, wenn ihr in so kreisenden Bewegungen arbeitet, funktioniert das immer ganz gut. Das ist jetzt wirklich nur eine sehr leichte Schicht. Und ihr seht auch, ne? Es ist ein bisschen oxidiert. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwamm hier rein und arbeite mir das Ganze auf. Sie ist auch nicht zu glowy. Das muss ich sagen. Also ich hatte gedacht so, die Age Perfect Produkte sind meistens immer sehr, sehr mit Glitzer versetzt, finde ich. Ich gehe dann nochmal mit dem Schwämmchen hier über meine Nase. Da, wo ich noch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Hier in den Nasenwinkeln. Und hier im Porenbereich. Und Santa Maria. Ich glaube, wenn ich sie in der Farbe dunkler genommen hätte, wäre es vielleicht jetzt gerade passender gewesen. Im Winter könnte das wirklich die richtige Farbe für mich sein. Die ist aber auch nicht zu gelb. Die ist halt vom Unterton sehr neutral. Das finde ich ganz gut. Und ich habe das Gefühl, je länger sie auf der Haut ist, desto schöner wird sie. Weil sie natürlich so ein bisschen schmilzt auf der Haut durch die Wärme. Und dann diese Mattheit so ein bisschen verschwindet. Und ich hole euch nochmal ran. Okay. First Impression. Krass. Hätte ich tatsächlich wirklich nicht gedacht, dass sie so leicht auf der Haut ist. Es fühlt sich halt an, als hätte ich... Trenn mal das Licht einmal weg, dass ihr wirklich so ein ungefiltertes Bild seht. Das Licht kaschiert natürlich trotzdem immer. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen dunkel. Dass sie so fein aussieht. Also du siehst ja jetzt gerade, außer hier unter den Augen, aber da habe ich ja Correct darunter, nicht, dass ich etwas im Gesicht trage. Und das finde ich für das, was es ist, bemerkenswert gerade. Das sieht sehr, 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 sehr natürlich aus. Ich gehe jetzt nochmal an ein paar Stellen mit ein bisschen mehr Produkt ran. Man braucht tatsächlich nicht viel. Also ihr seht sofort, man kann das hier echt gut aufbauen. Was soll ich sagen? Außer... Wow. Ich mache mal ein bisschen weiter. Ein bisschen Concealer. Oh, kleines Update zum Anastasia-Berbel-Lils Concealer. Ist ja tatsächlich einer meiner absoluten Lieblinge. Gerade, weil er wirklich, wirklich deckend ist. Aber, wenn du ihn zwei, drei Tage nicht benutzt, dann zersetzt er sich in Öl und Pigment. Und du musst ihn immer schütteln. Das hatte ich nämlich vorgestern. Da habe ich das gemacht, bin einfach reingegangen. Und das hat komplett die ganze Foundation zerrissen unten drunter. Und den blende ich einfach mal so ein bisschen mit dem Pinsel aus. Vielleicht habt ihr das Produkt ja schon getestet. Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin natürlich immer auch super dankbar, wenn ihr so ein paar Erfahrungen mit mir teilt. Und dann kann ich da nämlich einfach auch nochmal ein bisschen schauen. Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Aber in dem Fall hat das Ganze ja jetzt wirklich wunderschön ausgesehen. Ich liebe den Pinsel dafür. Apropos, die sollten Mitte Juni ungefähr wieder da sein. Ich hoffe, dass wir das noch vorm Umzug schaffen. Ansonsten, wenn wir im Haus sind und das Lager eingezogen ist. Ich habe natürlich jetzt ein sehr helles Under-Ei. Aber die Stirn und die Wangen sehen ultra schön aus. Ich nehme jetzt mal ein bisschen von dem Huda Beauty Easy Bake Puder unter die Augen. Mehr mache ich nicht. Und sette den Rest meines Gesichtes mit dem L'Oreal Age Perfect Collagen AA Fractions Serum Powder. Pflegendes Puder. Das mag ich tatsächlich sehr, 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 sehr gerne. Am liebsten mit einem Foundation Brush gehe ich rein. Und dann kann man das wirklich richtig schön in die Haut einpressen. Und das nimmt auch nicht zu viel das Glows weg. Ihr seht es auf der Stirn. Das hat, glaube ich, so ein paar Glitzerpartikel mit drin. Aber ganz, 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 ganz fein. Und fixiert einfach nur das Produkt. Zwei Produkte, die ich lange nicht mehr benutzt habe, sind der Bronze to Paradise. 91% natürlich Inhaltsstoffe Bronzer von L'Oreal. Gehe ich einfach mal rein. Den habe ich lange nicht mehr benutzt. Den stempel ich mir einfach hier so ein bisschen an meiner Wange. Ich finde, dass ich am liebsten Puderprodukte im Moment mit Foundation-Pindeln auftrage, weil ihr sie dann ebenmäßiger in die Haut einarbeiten könnt. Man soll ja nicht so in kreisenden Bewegungen Produkte auftragen, damit die Foundation nicht kaputt geht. Ich sehe jetzt nicht so viel davon. Aber ich glaube, manchmal ist es schön, einfach so einen zarteren Look zu haben. Und ein Blush benutzen wir auch noch. Das ist der Melon Dollar Baby. Den gibt es immer noch. Es ist wirklich einer der schönsten Blushes aus der Drogerie. Den toppe ich hier einfach so ein bisschen mit rüber für ein bisschen Farbe. Ich liebe den Geruch. Ich habe den früher rauf und runter getragen. What is this? Ich bin jetzt mal nur mit einem Wasserspray rübergegangen. Damit einfach diese pudrigen Pigmente so ein bisschen verschwinden. Ja, ich finde es ziemlich schön gerade. Wir starten mal in den Tag, Freunde. Ich habe jetzt hier wirklich noch ein bisschen Zeit heute. Es ist 6.35 Uhr. Falls ihr mir nicht glaubt, 6.35 Uhr. Wir starten in den Tag. Ich drehe jetzt gleich ein Haul. Ich muss schneiden. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so gegenmittags aussieht. Aber first impression, ich hole euch auch gleich nochmal ein Stückchen dran. Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Also sehr, sehr leicht, sehr, sehr frisch auf der Haut. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich Make-up trage. Und das ist ein Gefühl, das kenne ich so nicht. Das ist mir noch recht fremd. Mag ich aber eigentlich ganz gerne. So seht ihr das Ganze wirklich auch nochmal nah. Auf der Stirn vor allen Dingen sieht man tatsächlich die Hautstruktur. Das ist mir im Moment ganz wichtig, dass man erkennt, dass ich Haut im Gesicht habe. Und ich finde das immer, ich weiß, es ist immer ganz lieb gemeint. Aber ich kriege oft die Kommentare, deine Haut sieht aus, als ob es ein Filter drauf. Das sind die Produkte und die Lichter, Freunde. Lasst euch davon bitte nicht täuschen. Auch ich habe Textur im Gesicht. Natürlich nicht so viel. Ich mache aber auch echt eine Menge dafür, dass ich nicht so viel Textur im Gesicht habe. Die Foundation hat das Ganze aber nicht betont, sondern einfach schön verpackt. Das ist wie ein schönes Geschenkpapier. Wir starten in den Tag. Ich melde mich später bei euch. Bis gleich. Ich piepe, es ist mittlerweile knapp 14 Uhr. Ich habe gerade zum Mittag gegessen. Aber ich dachte mir, ich zeige euch einfach nochmal mein Make-up. Ähm, was soll ich sagen? Die Haut sah schon lange bei mir nicht mehr so natürlich aus. Das ist etwas, das kenne ich nicht. Weil ich klatsche mich ja wirklich immer voll mit Glow und Puder und dies und das und jenes. Und das Ganze sieht auf der Haut so frisch und so natürlich aus. Ich muss sagen, mir gefällt das. Es ist ein bisschen glowy geworden, vor allem auf der Stirn. Da habe ich aber auch nicht wirklich gesettet. Um die Augen, um die Nase herum ist es aber noch ganz geblieben. Und ich könnte jetzt theoretisch einfach mit einem Microfiber Multitool Mini hier nochmal rüber gehen. Und dann ist der Glow auch wieder weg. Und dann sieht das Ganze wieder aus wie neu. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für den Sommer, wenn es nicht so schwer sein soll, wenn es nicht so cakey sein soll oder wenn man wirklich einfach nur dieses zarte Make-up gerne mag, könnte das wirklich genau das Richtige für euch sein. Ich muss sagen, mir gefällt das besser als gedacht. Normalerweise bin ich nicht so der Freund von diesen zarten und leichten Balm-Make-ups. Ich erinnere mich an die, oh Gott, Kit von die KVD Vegan Beauty Good Apple Foundation. Das war ja auch von der Textur her was ähnliches. Aber das war so voll mit Pigment und das sah so crusty und so cakey aus im Laufe des Tages. Und hier muss ich sagen, das hat eine gute Deckkraft. Es betont so ein bisschen die Haut und macht sie sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich jetzt im Sommer definitiv weitertragen werde. Falls ihr das Ganze schon mal ausprobiert habt, dann schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Produkt in die Kommentare. Ich werde das Produkt definitiv hier vorne bei mir am Tisch lassen, weil es etwas ist, was man mal schnell machen kann. Und ich glaube, wenn man unterwegs ist und das vielleicht nicht gesettet hat und das einfach in die Tasche packt, kann man einfach immer wieder so ein bisschen rübergehend das Ganze auskorrigieren, weil es halt eher wie so eine feuchte, frische Creme ist. Ob es jetzt meine Haut strafft, werden wir in 30 Tagen sehen, vielleicht auch in drei Jahren, je nachdem. Aber mir hat das Ganze wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich kann sagen, es ist etwas, was ich euch empfehlen könnte. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Und lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss! Tschüss!